Es gibt ja den schönen Begriff, den ich irgendwo mal gefunden habe, der Normopathie. Also das will sagen, dass das Pathische, das Gestörte in einer Gesellschaft nicht mehr als Störung wahrgenommen wird, sondern für normal gehalten wird, also Normopathie, aus dem einfachen Grunde, weil halt die Mehrheit in einer ähnlichen Weise lebt und denkt und handelt. Und dann sagt der durchschnittliche Mensch, wenn das alles so machen, dann kann es ja nicht schlecht sein. Und schließt sich wieder an und das ist ja eines der wesentlichen Bedürfnisse, die wir haben als Menschen, als soziales Bedürfnis, unbedingt dazuzugehören. Untertitelung des ZDF, 2020